Simon, du hast kein eigenes Büro, nicht einmal einen eigenen Schreibtisch. Wie ist die Arbeit im Coworking Space? Eigentlich ganz normal. Wie alle, die im Coworking Space arbeiten, bin ich selbstständiger Kleinunternehmer. Uns werden hier komplette Arbeitsplätze mit Internet zur Verfügung gestellt. Ich habe meinen Schreibtisch für vier Tage pro Woche gemietet. Drucker, Kopierer und die Kaffeeküche nutzen alle gemeinsam. Hm, warum hast du kein eigenes Büro? Das brauche ich nicht. Bei Bedarf fahre ich zu meinen Kunden. Sie müssen nicht zu mir kommen. Und dank Coworking spare ich die Miete für ein eigenes Büro. Ist denn ein Telearbeitsplatz zu Hause nicht viel besser? Gar nicht. Zu Hause zu arbeiten ist keine Alternative für mich. Dort werde ich dauernd abgelenkt und kann mich nicht konzentrieren. Wann wirst du wieder in einer normalen Firma arbeiten? Gibt es da Pläne? Das frage ich mich auch manchmal. Aber nein. Im Moment finde ich die Arbeit im Coworking Space völlig in Ordnung. Die Leute sind echt okay hier. Und bei Bedarf helfen wir uns gegenseitig. Sonst stehen viele neue Kontakte. Dann kannst du die Arbeit am gemieteten Schreibtisch empfehlen. Na klar, immer. Ich kann allen nur raten, seid neugierig und guckt euch ein Coworking Space in eurer Nähe einfach mal an. Anja, du hast dich nach dem Abitur für ein duales Studium entschieden. Welche Gründe sprachen dafür? Ähm, Naturwissenschaften haben mich schon in der Schule interessiert. Vor allem Chemie und Bio. In Mathe war ich auch nicht schlecht. Mir war also schon ziemlich früh klar, dass ich beruflich was mit Naturwissenschaften machen wollte. Ich wollte möglichst was Praktisches machen und mich nicht nur mit Theorien beschäftigen. Deshalb kam für mich ein Studium mit wenig Praxis nicht in Frage. Das duale Studium bietet da eine echte Alternative. Ich mache eine Ausbildung zur Chemielaborantin und bekomme eine Ausbildungsvergütung. Ich verdiene also schon Geld. Nach acht Semestern habe ich einen Studienabschluss, einen Berufsabschluss und erste berufliche Erfahrungen. Theorie und Praxis sind so wirklich sehr eng miteinander verbunden und ich habe beruflich viele Chancen. Wie hast du dich über die Studienmöglichkeiten informiert? Vieles steht im Internet und die Berufsberatung der Arbeitsagentur und die Studienberatung an der Hochschule können helfen. Aber wichtig ist, dass man sich frühzeitig um alles kümmert. Ich habe noch während der Schule ein Praktikum in einem Chemielabor gemacht und durfte Laboranten über die Schulter schauen. Das hat mir sehr gefallen und ich habe mich sofort um einen Ausbildungsplatz beworben. Den brauchte ich, um mich dann für das Studium der Technischen Chemie zu bewerben. Eine Ausbildung und ein Studium parallel zu machen, das klingt sehr anstrengend. Wie müssen wir uns deinen Alltag vorstellen? Die Ausbildung dauert insgesamt acht Semester, also vier Jahre. Nach einem Jahr lege ich den ersten Teil der Abschlussprüfung zur Chemielaborantin ab. Ein Jahr später folgt dann der zweite und letzte Teil. Das dritte und vierte Jahr wird Vollzeit studiert. Momentan bin ich zwei Tage in der Woche an der Fachhochschule, einen Tag in der Berufsschule und zwei Tage im Labor oder in der Werkstatt bei Bayer. An der Fachhochschule stehen morgens Vorlesungen und nachmittags Übungen auf dem Programm. Außerdem mache ich einen Englischkurs. Meine Arbeitstage im Werk beginnen um 7 Uhr und enden um 15.30 Uhr. Hier lerne ich zum Beispiel verschiedene Messgeräte in den Produktionsanlagen kennen oder erfahre, wie ich die Dichte von Lösungen bestimmen kann. Aha, deshalb also technische Chemie. Ja, genau. Die Aufgabe der technischen Chemie ist es, die in der Forschung entwickelten Reaktionen in einen technischen Maßstab zu übertragen, also zum Beispiel die Serienproduktion von neuen Waschmitteln oder Medikamenten zu ermöglichen. Wir lernen, Produktionsabläufe zu steuern und zu verbessern, entwickeln Produkte für den Markt und müssen später auch Kunden beraten. Technische Chemikerinnen arbeiten dabei nicht nur in Laboren, sondern auch in der Produktion oder im Büro. Frauen sind ja zurzeit in den MINT-Berufen nicht so stark vertreten. Ja, das merkt man vor allem im Studium. Da sitzen erheblich weniger Frauen in den Vorlesungen als Männer. In den Laboren ist das Verhältnis etwas ausgeglichener. Was kann man deiner Meinung nach tun, um mehr Frauen für die MINT-Berufe zu begeistern? MINT-Fächer halten viele Frauen für zu schwer und uninteressant. Das ist ein Vorurteil. Es gibt eine Vielzahl möglicher Berufe und wirklich interessante Arbeitsfelder. Darüber sollte man die Schülerinnen und Schüler schon in der Schule informieren, damit sie sich eine Vorstellung machen können. Denn insgesamt ist der MINT-Bereich für Frauen nicht schwerer als für Männer. Was fasziniert dich an deiner Tätigkeit am meisten? MINT-Am meisten die Vielfalt des Berufs. Und natürlich, wie eine Reaktion im Reagenzglas mithilfe der chemischen Verfahrenstechnik zu einer großen Serienproduktion werden kann. Also, aus etwas ganz Kleinem wird etwas ganz Großes. Das ist faszinierend. Wie geht es nach dem Bachelor bei dir weiter? Erst mal arbeiten und dann den Master machen. Ich möchte mich in Richtung Green Chemistry oder auch grüne Chemie spezialisieren. Das ist die Art von Chemie, die versucht, Umweltverschmutzung einzudämmen, Energie zu sparen und so möglichst umweltverträglich zu produzieren. Wenn du dir ein Produkt aussuchen könntest, das du entwickeln möchtest, welches wäre das dann? Oh, da ich in meiner Freizeit gerne laufe. Ganz sicher die Serienproduktion von schmutzabweisenden Touren oder Laufschuhen, die man nie wieder waschen muss. Der Lotus-Effekt hilft da vielleicht. In unserer Reihe Kultur und Wissen haben wir heute Oliver Senz, Kurator am NRW-Kulturhaus in Bonn, zu Gast. Sie haben die Fotoausstellung Bilder, die bewegen zusammengestellt. Danke, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit DT Radio nehmen, Herr Senz. Sehr gern. Herr Senz, Sie haben gerade eine ganz besondere Fotoausstellung im Haus. Sie zeigen berühmte Fotografien aus über einem Jahrhundert Fotogeschichte. Spontan fällt mir das Titelbild der National Geographic aus dem Jahre 1985 ein. Steve McCurry fotografierte damals ein afghanisches Mädchen in einem pakistanischen Flüchtlingslager. Ja, das ist ein ganz besonderes Bild, das um die Welt ging und viele Menschen berührt hat. Diese grünen Augen, sie erzählen vom Leid der Flüchtlinge, vom Krieg. Niemand kannte ihren Namen, niemand wusste, was aus ihr geworden war. 2001 ging McCurry dann nach Pakistan, um das Mädchen mit den grünen Augen zu suchen. Und fand sie schließlich auch. Dazu gibt es eine spannende Reportage. Welche anderen Fotos erwarten Ihre Besucher? Wir haben eine, wie ich finde, ausgesprochen abwechslungsreiche Auswahl getroffen. Zum Beispiel sehen Sie den berühmten Sprung des Volksarmisten Konrad Schumann. Ah, der Mauerspringer. Er war im August 1961 bei der Bewachung von Bauarbeitern, die die Mauer errichteten, selbst vom Osten in den Westen geflüchtet. Ja, das Bild ging damals durch die Medien. Wir haben in unserer Ausstellung das Foto mit einer Unterschrift von Schumann. Aber zu noch größerer Berühmtheit kam sicherlich der sozialistische Bruderkuss, den sie auch präsentieren. Das ist ein Foto aus dem Jahr 1979 von Erich Honecker und Leonid Brezhnev nach einer Rede anlässlich des 30. Jahrestages der DDR. Das Foto war später die Grundlage für das weltbekannte Bruderkuss-Gemälde an der Eastside Gallery. Der Moskauer Maler Dimitri Vrubel hatte es im Frühjahr 1990, also nur wenige Monate nach der Öffnung der Mauer, aufgetragen. Er und 117 weitere Künstler aus 21 Ländern gestalteten damals auf einem 1316 Meter langen Mauerabschnitt ihre Sicht auf den Fall der Mauer. Mittlerweile ist die Eastside Gallery die größte Freilichtgalerie der Welt. Doch zurück zu Brezhnev und Honecker. Mich irritiert und fasziniert gleichermaßen die Symbolik dieser Aufnahme. Der sozialistische Bruderkuss war sicherlich eine sehr drastische Form. Umarmungen oder Küsse auf die Wange waren ja normal und sind heute noch in der Tagesordnung. Ein Kuss auf den Mund hingegen ist doch sehr speziell. Was ist das Ziel Ihrer Ausstellung? Geht es Ihnen um die Geschichten hinter den Fotos, um Politik, um die Darstellung von Macht? Sicherlich das, aber wir wollen mehr. Wir betreiben mit dieser Ausstellung vor allem aktive Erinnerungskultur. Es ist die Möglichkeit, die Perspektive zu erweitern. Also weg vom aktuellen tagespolitischen Geschehen hin zu den ganz großen Fragen. Und daher haben Sie in Ihrer Auswahl nicht nur Fotos mit politischer Aussage. Es sind ja auch Hollywood-Größen wie zum Beispiel Marilyn Monroe vertreten. Wer behauptet denn, dass dieses Foto nicht auch eine politische Dimension hat? Die Monroe ist eine Hollywood-Ikone. Sie ist Filmstar. Fotomodell. Wenn Sie sich für dieses Foto des Time-Magazins aus dem Jahr 1953 etwas Zeit nehmen, dann sehen Sie bestimmt noch sehr viel mehr als Hollywood. Dieser spezielle Blick der Monroe fordert doch geradezu auf, über Weiblichkeit, das Rollenverständnis der Geschlechter, ja, über unsere Gesellschaft nachzudenken. Ja, und ein ganz anderes Thema greifen Sie mit den Katastrophenfotos auf. In den letzten Jahren häufen sich Naturkatastrophen. In Japan, Chile, Haiti, China, in Indien und Pakistan kosteten Beben und Flutwellen immer wieder unzählige Menschenleben. Einige Fotos der Ausstellung zeigen zum Beispiel Überlebende des Taifuns Haiyan. Ja, das war 2013 einer der stärksten tropischen Wirbelstürme, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen beobachtet wurde. Haiyan verursachte große Schäden und eine große Zahl von Opfern auf den Philippinen. In der Provinz Leyte waren 10.000 Tote zu beklagen. Über 4 Millionen Menschen waren obdachlos und benötigten dringend Hilfe. Das sind jedoch nicht die einzigen Katastrophenbilder Ihrer Ausstellung. Kommen wir zu einem ganz anderen Bild, das mich sehr beeindruckt. Herr Kiontke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer nehmen. Das mache ich gern. Aspherikon ist eine Ausgründung aus der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Das heißt, Ihre Diplomarbeit war Grundlage einer Geschäftsidee. Mittlerweile haben Sie mehr als 100 Mitarbeiter. Sie sind kein Jungunternehmer mehr. Ja, wir sind seit über 10 Jahren erfolgreich am Markt. Was treibt Sie an? Was fasziniert Sie an der technischen Optik? Der Anspruch, in diesem Feld mitspielen zu können. Genauigkeit, Sauberkeit in der Fertigung, die vielfältigen physikalischen Effekte, die es zu kontrollieren gilt, das sind Herausforderungen, die Spaß machen. Sie schauen immer so nach vorn, wirken optimistisch. Ist die Optikbranche ein Feld mit Zukunft? Optimismus gehört zum Job. Die Optikbranche ist Grundlage für viele andere Branchen. Man spricht deshalb auch von Enabling Technology. Ohne Optik läuft heutzutage nicht mehr viel und das wird zukünftig eher zunehmen. So gesehen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das Wort Photonik scheint Konjunktur zu haben. Wie ist das Verhältnis zwischen Aspherikon und Photonik? Ja, wir sind ein Teil der Photonik. Es geht ja dabei um die Wissenschaft vom Licht und wir stellen Produkte her, die die Nutzung von Licht ermöglichen. Sie fertigen aber keine normalen Linsen, sondern sogenannte Asphären. Können Sie das unseren Hörern und Hörerinnen möglichst einfach in zwei, drei Sätzen erklären? Die Oberfläche gewöhnlicher Linsen, also sogenannte Asphären, ist wie ein Teil einer Kugel, überall gleich rund und gleich gekrümmt. Asphären hingegen ändern ihre Oberflächenkrümmung von der Mitte zum Rand. Also eine Art Berg-Tallandschaft, die Sie fertigen, oder? Ja, genau. Worin liegt der konkrete Vorteil von Asphären gegenüber normalen Linsen und welche Einsatzgebiete eröffnen sich mit diesen? Man kann Linsen einsparen, das heißt Geräte werden kompakter und leichter. Beim Beamer ist das beispielsweise der Fall. Heutzutage sind die recht leicht und damit auch transportabel. Das liegt vor allem an der Einsparung von Linsen. Es gibt hunderte Technologien, die nur mit Asphären funktionieren. Wer sich die Retina im Auge anschauen will, der braucht zum Beispiel Asphären. Es gibt so viele Einsatzgebiete, das lässt sich hier gar nicht aufzählen. Darauf gehen wir vielleicht später etwas genauer ein. Zurück zur Firma. Sie sitzen ja in einer Stadt, die jedem technischen Optiker, nicht nur in Deutschland, bekannt sein dürfte. Ihr Standort ist in Jena. Hat das Vorteile und gibt es Kontakt zu den anderen Firmen vor Ort, also zu Zeiss, Jenoptik? Wir profitieren davon, alle gemeinsam am Standort zu sitzen. Da gibt es gemeinsame Projekte, Austausch, das passt schon. Nicht zu unterschätzen ist der Punkt, dass es viel Fachpersonal anzieht, wovon wir wiederum als mittelständische Firma profitieren. Merken Sie den Fachkräftemangel? Wir merken das tagtäglich. Das Problem ist nicht neu und Optonet, das Bildungszentrum, die Universität hier in Jena, natürlich auch die Fachhochschule und die Firmen vor Ort arbeiten gemeinsam daran. Das Thema wird uns in den kommenden Jahren noch sehr beschäftigen. Bilden Sie auch aus? Ja, natürlich. Derzeitig sind es fünf Auszubildende als Feinoptiker und eine große Anzahl Studierende, die wir bei Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten betreuen. Und mittlerweile haben wir auch eine Kooperation mit einer Schule. Aber wahrscheinlich ziehen Sie eher männliche Interessenten an. In Ausbildung sind derzeitig tatsächlich eher die Männer vertreten, was mich auch etwas verwundert, da wir normalerweise nicht diese Verteilung haben. In der Firma haben wir einen vergleichsweise hohen Frauenanteil. Wie sind die Berufsperspektiven als technischer Optiker bzw. Optikerin? Fachpersonal ist schon extrem gefragt, das steht außer Frage. Und diese Branche hat einiges zu bieten. Auf jeden Fall sehr gute berufliche Perspektiven. Und wie sehen Sie Ihre Perspektiven? Also lassen Sie uns in die Zukunft schauen. Vielleicht so zehn Jahre? Wo sehen Sie Aspherikon? Auf jeden Fall in Jena. Okay, Sie sind ja recht schnell gewachsen. Okay, Sie sind ja recht schnell gewachsen. Am Anfang waren Sie sicherlich für alles zuständig. Das heißt, Sie haben in der Fertigung und im Vertrieb gleichzeitig gearbeitet. Ja, am Anfang war das schon so. Und jetzt? Aus welchen Abteilungen setzt sich denn die Firma aktuell zusammen? An der Spitze steht die Geschäftsführung, bestehend aus zwei Geschäftsführern. Untergeordnet sind Produktion, Vertrieb, Verwaltung und F&E, also Forschung und Entwicklung. Und diese Abteilungen sind natürlich nochmals aufgegliedert. Richtig? Ja, natürlich. Der Vertrieb setzt sich unter anderem aus Marketing und Kundenbetreuung zusammen. Die Produktion besteht aus Fertigung und Versand und so weiter und so fort. Lassen Sie uns über Forschung und Entwicklung sprechen. Studienberatung, Hoffmann am Apparat. Guten Tag, Frau Hoffmann. Hier spricht Stefano Rufo. Ich möchte mich an Ihrer Universität bewerben und habe gesehen, dass ein Motivationsbrief verlangt wird. Dazu habe ich ein paar Fragen. Prima, bitte fragen Sie. Also, ich habe so einen Brief noch nie geschrieben. Was muss ich denn da schreiben? Im Motivationsbrief haben Sie die Chance, sich selbst, Ihre Studien und späteren Berufsziele und Ihre Motivation für den Studienplatz darzustellen. Muss ich formal etwas beachten? Nein, eigentlich nicht. Es gibt keine formalen Kriterien. Sie können also alles freigestalten und haben damit die Möglichkeit, sich von anderen abzuheben. Wozu braucht die Hochschule eigentlich den Motivationsbrief? Ja, wir überprüfen mithilfe des Briefes neben der Motivation auch die Argumentationsfähigkeit, den schriftlichen Ausdruck und die Rechtschreibung. Das hilft bei der Entscheidung, wer den Studienplatz erhält und wer nicht. Aus dem Brief sollten also eine deutliche Motivation und klare Studien- und Berufsziele hervorgehen. Was heißt das konkret? Sie sollten auf jeden Fall darstellen, warum Sie sich zum Beispiel für den Master entschieden haben und welche Studieninhalte Sie interessant finden. Außerdem auch, welche Fähigkeiten und praktischen Erfahrungen Sie bisher erworben haben, beispielsweise in Praktika. Vielleicht haben Sie ja auch schon spezielle Interessen oder Themen in der Bachelorarbeit bearbeitet und möchten Sie jetzt gerne im Master vertiefen. Wichtig ist auch, welche beruflichen Ziele Sie mit dem Studium verfolgen. Schön ist es auch, wenn Sie persönliche Interessen einfließen lassen. Oje, das klingt schwer. Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Sie sollten sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Gibt es dazu gute Seiten im Internet, die Sie empfehlen können? Es gibt sicher sehr viele nützliche Tipps, die Sie sich anschauen können. Aber bitte, schreiben Sie die Formulierungen auf keinen Fall ab, sondern formulieren Sie alles selbst. Briefe mit Textbausteinen fallen auf und werden in der Regel sofort aussortiert. Niemand möchte so etwas lesen. Gut ist es, wenn Sie sich zuerst ein paar zentrale Fragen überlegen und Argumente dazu sammeln. Was qualifiziert mich zum Beispiel für den Master? Warum passe ich in das Studienprogramm? Was motiviert mich wirklich? Welche Ziele möchte ich erreichen? Hm, gut. Danke erstmal für die Infos. Das hilft mir schon sehr weiter. Bitte, gerne. Tschüss und einen schönen Tag. Ja, danke. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Frau Prof. Dr. Fuchs, seit wann gibt es die Shell-Jugendstudie und was ist das Anliegen? Die Shell-Jugendstudie gibt es schon seit 1953. Im Auftrag des Unternehmens erforschen unabhängige Institute die Lebenssituation von Jugendlichen, ihre Gewohnheiten, ihr Verhalten und ihre Einstellungen. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse der 16. Shell-Jugendstudie? In der neuen Studie präsentiert sich eine Generation von Jugendlichen mit einer sehr optimistischen Grundhaltung. Trotz der Wirtschaft- und Finanzkrise sind diese Jugendlichen sehr zuversichtlich und gehen mit Lebensmut und Energie an ihre Aufgaben heran. Welches Ergebnis hat Sie persönlich am meisten überrascht? Hm, dass trotz der Krisen Jugendliche keine Angst vor der Zukunft haben, sondern sich den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufgaben stellen. Man spürt den Lebensmut dieser Generation. Wie stehen denn die Jugendlichen gegenwärtig zum Thema Klimawandel und wie gehen sie damit um? Das Thema ist im Bewusstsein der Jugendlichen angekommen. Viele wollen etwas zum Schutz des Klimas tun, zum Beispiel Energie sparen, vielleicht ein kleineres Autofahren, das weniger Benzin verbraucht. Es ist interessant, dass sich diese Haltung durch alle sozialen Schichten von Jugendlichen zieht. Gibt es seit der 15. Shell-Jugendstudie Veränderungen in der Lebenseinstellung? 2006 hatten die Jugendlichen mehr Ängste und sie fühlten sich einem stärkeren Druck ausgesetzt. Heute ist es der Optimismus und das Gefühl, Chancen zu haben, etwas aus sich machen zu können. Die jetzige Generation ist leistungsorientiert und hat einen ausgeprägten Sinn für soziale Beziehungen. Wie wird so eine Studie überhaupt durchgeführt? Es wurden Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren befragt. Von 2600 Jugendlichen wurde eine repräsentative Stichprobe gebildet. Außerdem wurden 20 Porträts gemacht. Das heißt, Jugendliche erhielten die Möglichkeit, sich selber darzustellen. Zu diesem Zweck wurden sie in ihrem Lebensumfeld besucht. Wo kann man sich über die Ergebnisse informieren? Schauen Sie im Netz unter www.shell.de Vielen Dank für das Interview. Hallo zusammen. Wir vom Schülerrat freuen uns sehr über euer Interesse an Jugenddebattiert. Bevor wir in die Fragerunde gehen, möchte ich euch gern ein paar Informationen zu Jugenddebattiert geben. Keine Angst, ich fasse mich kurz und dann geht es auch gleich los mit konkreten Aufgaben. Bei einer Debatte sind die Redebeiträge organisiert. Es gibt also feste Regeln. Erstens, nicht jeder kann sprechen, wenn er Lust dazu hat. Und zweitens, man muss auch nicht unbedingt die eigene Meinung vertreten. Was soll denn das bringen? Durch eine Debatte kann man herausfinden, was für oder auch gegen eine Entscheidung spricht und welche Argumente am meisten überzeugen. Außerdem ist es wirklich wichtig, dass man sich auch mal in eine andere Position reindenken und diese dann auch noch vertreten muss. Das macht nicht nur Spaß, sondern erweitert vor allem eure Perspektive. Und darum geht es halt, weil Jugend debattiert. Soll es heute in der Café die Spaghetti Bolognese oder Pizza geben? Ich bin zwar nicht für Pizza, aber lasst uns doch gleich mal darüber debattieren. Naja, schon richtig. Nicht jede Frage löst gleich eine Debatte aus. Aber wenn es um wirklich wichtige Fragen geht, weil die Antwort viele Menschen betrifft oder diese nicht sofort auf der Hand liegt, dann lohnt es sich schon zu debattieren. Ich gebe am besten mal ein kleines Beispiel. Sollte es Noten in der Schule geben? Ja oder nein? Natürlich nicht. Nein, abschaffen. Aber hallo, und wie willst du dann zum Studium zugelassen werden? Das ist sinnlos. Denk doch mal nach. Stopp, stopp, stopp. Und genau deshalb gibt es Regeln. Ich erkläre euch jetzt nur noch den Aufbau und dann könnt ihr Fragen stellen. Also eine Debatte, die im Rahmen von Jugend debattiert durchgeführt wird, besteht gewöhnlich aus drei Teilen. In der Eröffnungsrunde beantwortet jeder Teilnehmer die Streitfrage aus seiner Sicht. Jeder Sprecher hat maximal zwei Minuten. Das ist ja gar nicht. Sei doch mal ruhig. Dann kommt die freie Aussprache. So circa zwölf Minuten. Hier werden weitere Argumente gebracht und miteinander abgeglichen. Und in der Schlussrunde hat dann jeder Teilnehmer noch einmal die Möglichkeit, die Streitfrage ein zweites Mal zu beantworten. Diesmal im Kontext all der Argumente, die er gehört hat. Es dürfen aber keine neuen Argumente vorgebracht werden. Und was, wenn einfach jemand weiterspricht? Auch dafür gibt es Regeln. Da passt ein Schüler oder eine Schülerin auf. 15 Sekunden vor Ablauf der Redezeit wird ein Signal gegeben. Im Wettkampf bei Jugend debattiert ist das ein Klingelzeichen. Ihr könnt euch aber auch etwas anderes einfallen lassen. Ja, und wenn dann die Redezeit überschritten wird, dann kommt ein weiteres Klingelzeichen. Und wenn das auch nicht hilft... Tragen wir ihn raus. Oder machen das Licht aus. Oh, keine schlechte Idee. Aber dann verpasst du den Hauptteil. Bei Jugend debattiert wird das Weitersprechen einfach mit einem andauernden Klingelzeichen unterbunden. Und was machen wir am Montag beim ersten Treffen? Geht's da gleich richtig zur Sache? Geplant ist die Arbeit an einer Eröffnungsrede. Naja, und wir starten auch schon erste kleine Debattierversuche. Aber dazu kann Frau Kiefner, die unsere Ansprechpartnerin und Betreuerin im Debattierclub sein wird, mehr sagen. Schön, dass so viele von euch gekommen sind. Ich bin richtig stolz, dass unsere Schule am Wettbewerb teilnehmen will. Und dass wir das auch bewerkstelligen können. Bei so viel Interesse. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Am Montag starten wir mit dem ersten Teil der Debatte. Der Eröffnungsrede. Wir halten dann auch schon nach ein, zwei Stunden Vorbereitung. Ja, so lange wird es dauern. Unsere erste Eröffnungsrede. Wir arbeiten in Gruppen. Immer vier Schüler und Schülerinnen bekommen eine ganz bestimmte Aufgabe. Rede und Gegenrede wechseln dabei einander ab. Konkret heißt das, dass der erste Pro-Redner zunächst einmal die Entscheidungsfrage und dabei auch gleich das wichtigste Argument darlegt. Die Person führt also ins Thema ein. Es folgt dann der erste Kontra-Redner und ihr könnt euch sicherlich denken, was der macht. Was meint ihr? Na, der sucht die Schwachstellen des Vorredners, ganz klar. Ja, und der geht vor allem kritisch auf das Argument ein. Das will er ja entkräften. Genau, darum geht's. Das bedeutet also, dass man als erster Kontra-Redner nicht schlafen darf. Man muss sehr genau zuhören, um eine passende Stelle zu finden, wo man ein Gegenargument platzieren kann. Und man muss natürlich auch das Hauptargument durchdenken und möglichst eine Strategie finden, dieses zu entkräften. Ihr müsst euch also Notizen machen. Es lässt sich nicht alles im Vorfeld vorbereiten. Ja, aber da hat's ja der dritte Sprecher noch schwerer. Stimmt, der darf auch nicht schlafen. Du hast natürlich vollkommen recht. Der zweite Pro-Redner muss nicht nur auf Fehlendes aufmerksam machen, sondern geht auch auf Schwächen bzw. Ungenauigkeiten in der Argumentation des Vorredners ein. Dazu muss er sich während der Rede Notizen machen und überlegen, wie er die Zuhörer am besten überzeugen kann. Aber wie gesagt, nur zwei Minuten für jeden. Da muss man sich kurz fassen. Es geht aber auch in der Eröffnungsrede nicht darum, alle Argumente anzubringen oder diese umfassend zu diskutieren. Das ist nämlich das Ziel der freien Aussprache. Aber jetzt erst einmal zurück zur Eröffnungsrede. Der zweite Gegenredner schließt die Runde, indem er den strittigsten Punkt anbringt und einen Abschlusssatz formuliert. Und was soll das für ein Satz sein? Das nennt sich bei Jugenddebattiert Zielsatz. Den leitest du zum Beispiel so ein. In einem Satz ließe sich die Frage wie folgt formulieren. Ja, und dann formulierst du die Frage. Das klingt sicherlich alles recht schwierig und das ist es auch am Anfang. Eure Köpfe werden glühen, aber ihr lernt dabei, schnell zu denken, euch gut auszudrücken und Argumente zu verkaufen. Simon, du hast kein eigenes Büro, nicht einmal einen eigenen Schreibtisch. Wie ist die Arbeit im Coworking Space? Eigentlich ganz normal. Wie alle, die im Coworking Space arbeiten, bin ich selbstständiger Kleinunternehmer. Uns werden hier komplette Arbeitsplätze mit Internet zur Verfügung gestellt. Ich habe meinen Schreibtisch für vier Tage pro Woche gemietet. Drucker, Kopierer und die Kaffeeküche nutzen alle gemeinsam. Hm. Warum hast du kein eigenes Büro? Das brauche ich nicht. Bei Bedarf fahre ich zu meinen Kunden. Sie müssen nicht zu mir kommen. Und dank Coworking spare ich die Miete für ein eigenes Büro. Ist denn ein Telearbeitsplatz zu Hause nicht viel besser? Gar nicht. Zu Hause zu arbeiten ist keine Alternative für mich. Dort werde ich dauernd abgelenkt und kann mich nicht konzentrieren. Wann wirst du wieder in einer normalen Firma arbeiten? Gibt es da Pläne? Das frage ich mich auch manchmal, aber nein. Im Moment finde ich die Arbeit im Coworking Space völlig in Ordnung. Die Leute sind echt okay hier. Und bei Bedarf helfen wir uns gegenseitig. So entstehen viele neue Kontakte. Dann kannst du die Arbeit am gemieteten Schreibtisch empfehlen. Na klar, immer. Ich kann allen nur raten, seid neugierig und guckt euch einen Coworking Space in eurer Nähe einfach mal an. Anja, du hast dich nach dem Abitur für ein duales Studium entschieden. Welche Gründe sprachen dafür? Ähm, Naturwissenschaften haben mich schon in der Schule interessiert. Vor allem Chemie und Bio. In Mathe war ich auch nicht schlecht. Mir war also schon ziemlich früh klar, dass ich beruflich was mit Naturwissenschaften machen wollte. Ich wollte möglichst was Praktisches machen und mich nicht nur mit Theorien beschäftigen. Deshalb kam für mich ein Studium mit wenig Praxis nicht in Frage. Das duale Studium bietet da eine echte Alternative. Ich mache eine Ausbildung zur Chemielaborantin und bekomme eine Ausbildungsvergütung. Ich verdiene also schon Geld. Nach acht Semestern habe ich einen Studienabschluss, einen Berufsabschluss und erste berufliche Erfahrungen. Theorie und Praxis sind so wirklich sehr eng miteinander verbunden. Und ich habe beruflich viele Chancen. Wie hast du dich über die Studienmöglichkeiten informiert? Viele steht im Internet. Und die Berufsberatung der Arbeitsagentur und die Studienberatung an der Hochschule können helfen. Aber wichtig ist, dass man sich frühzeitig um alles kümmert. Ich habe noch während der Schule ein Praktikum in einem Chemielabor gemacht und durfte Laboranten über die Schulter schauen. Das hat mir sehr gefallen und ich habe mich sofort um einen Ausbildungsplatz beworben. Den brauchte ich, um mich dann für das Studium der Technischen Chemie zu bewerben. Eine Ausbildung und ein Studium parallel zu machen, das klingt sehr anstrengend. Wie müssen wir uns deinen Alltag vorstellen? Die Ausbildung dauert insgesamt acht Semester, also vier Jahre. Nach einem Jahr lege ich den ersten Teil der Abschlussprüfung zur Chemielaborantin ab. Ein Jahr später folgt dann der zweite und letzte Teil. Das dritte und vierte Jahr wird Vollzeit studiert. Momentan bin ich zwei Tage in der Woche an der Fachhochschule, einen Tag in der Berufsschule und zwei Tage im Labor oder in der Werkstatt bei Bayer. An der Fachhochschule stehen morgens Vorlesungen und nachmittags Übungen auf dem Programm. Außerdem mache ich einen Englischkurs. Meine Arbeitstage im Werk beginnen um sieben Uhr und enden um 15.30 Uhr. Hier lerne ich zum Beispiel verschiedene Messgeräte, in denen Produktionsanlagen kenne oder erfahre, wie ich die Dichte von Lösungen bestimmen kann. Aha, deshalb also technische Chemie. Ja, genau. Die Aufgabe der technischen Chemie ist es, die in der Forschung entwickelten Reaktionen in einen technischen Maßstab zu übertragen, also zum Beispiel die Serienproduktion von neuen Waschmitteln oder Medikamenten zu ermöglichen. Wir lernen, Produktionsabläufe zu steuern und zu verbessern, entwickeln Produkte für den Markt und müssen später auch Kunden beraten. Technische Chemikerinnen arbeiten dabei nicht nur in Laboren, sondern auch in der Produktion oder im Büro. Frauen sind ja zurzeit in den MINT-Berufen nicht so stark vertreten. Ja, das merkt man vor allem im Studium. Da sitzen erheblich weniger Frauen in den Vorlesungen als Männer. In den Laboren ist das Verhältnis etwas ausgeglichener. Was kann man deiner Meinung nach tun, um mehr Frauen für die MINT-Berufe zu begeistern? MINT-Fächer halten viele Frauen für zu schwer und uninteressant. Das ist ein Vorurteil. Es gibt eine Vielzahl möglicher Berufe und wirklich interessante Arbeitsfelder. Darüber sollte man die Schülerinnen und Schüler schon in der Schule informieren, damit sie sich eine Vorstellung machen können. Denn insgesamt ist der MINT-Bereich für Frauen nicht schwerer als für Männer. Was fasziniert dich an deiner Tätigkeit am meisten? Am meisten die Vielfalt des Berufs und natürlich wie eine Reaktion im Reagenzglas mithilfe der chemischen Verfahrenstechnik zu einer großen Serienproduktion werden kann. Also aus etwas ganz Kleinem wird etwas ganz Großes. Das ist faszinierend. Wie geht es nach dem Bachelor bei dir weiter? Erst mal arbeiten und dann den Master machen. Ich möchte mich in Richtung Green Chemistry oder auch grüne Chemie spezialisieren. Das ist die Art von Chemie, die versucht, Umweltverschmutzung einzudämmen, Energie zu sparen und so möglichst umweltverträglich zu produzieren. Wenn du dir ein Produkt aussuchen könntest, das du entwickeln möchtest, welches wäre das dann? Oh, da ich in meiner Freizeit gerne laufe, ganz sicher die Serienproduktion von schmutzabweisenden Turn- oder Laufschuhen, die man nie wieder waschen muss. Der Lotus-Effekt hilft da vielleicht. In unserer Reihe Kultur und Wissen haben wir heute Oliver Senz, Kurator am NRW-Kulturhaus in Bonn, zu Gast. Sie haben die Fotoausstellung Bilder, die bewegen zusammengestellt. Danke, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch mit DT Radio nehmen, Herr Senz. Sehr gern. Herr Senz, Sie haben gerade eine ganz besondere Fotoausstellung im Haus. Sie zeigen berühmte Fotografien aus über einem Jahrhundert Fotogeschichte. Spontan fällt mir das Titelbild der National Geographic aus dem Jahre 1985 ein. Steve McCurry fotografierte damals ein afghanisches Mädchen in einem pakistanischen Flüchtlingslager. Ja, das ist ein ganz besonderes Bild, das um die Welt ging und viele Menschen berührt hat. Diese grünen Augen, sie erzählen vom Leid der Flüchtlinge, vom Krieg. Niemand kannte ihren Namen. Niemand wusste, was aus ihr geworden war. 2001 ging McCurry dann nach Pakistan, um das Mädchen mit den grünen Augen zu suchen. Und fand sie schließlich auch. Dazu gibt es eine spannende Reportage. Welche anderen Fotos erwarten Ihre Besucher? Wir haben eine, wie ich finde, ausgesprochen abwechslungsreiche Auswahl getroffen. Zum Beispiel sehen Sie den berühmten Sprung des Volksarmisten Konrad Schumann. Ah, der Mauerspringer. Er war im August 1961 bei der Bewachung von Bauarbeitern, die die Mauer errichteten, selbst vom Osten in den Westen geflüchtet. Ja, das Bild ging damals durch die Medien. Wir haben in unserer Ausstellung das Foto mit einer Unterschrift von Schumann. Aber zu noch größerer Berühmtheit kam sicherlich der sozialistische Bruderkuss, den Sie auch präsentieren. Das ist ein Foto aus dem Jahr 1979 von Erich Honecker und Leonid Brezhnev nach einer Rede anlässlich des 30. Jahrestages der DDR. Das Foto war später die Grundlage für das weltbekannte Bruderkuss-Gemälde an der Eastside Gallery. Der Moskauer Maler Dimitri Vrubel hatte es im Frühjahr 1990, also nur wenige Monate nach der Öffnung der Mauer, aufgetragen. Er und 117 weitere Künstler aus 21 Ländern gestalteten damals auf einem 1316 Meter langen Mauerabschnitt ihre Sicht auf den Fall der Mauer. Mittlerweile ist die Eastside Gallery die größte Freilichtgalerie der Welt. Doch zurück zu Brezhnev und Honecker. Mich irritiert und fasziniert gleichermaßen die Symbolik dieser Aufnahme. Der sozialistische Bruderkuss war sicherlich eine sehr drastische Form. Umarmungen oder Küsse auf die Wange waren ja normal und sind heute noch in der Tagesordnung. Ein Kuss auf den Mund hingegen ist doch sehr speziell. Was ist das Ziel Ihrer Ausstellung? Geht es Ihnen um die Geschichten hinter den Fotos? Um Politik? Um die Darstellung von Macht? Sicherlich das, aber wir wollen mehr. Wir betreiben mit dieser Ausstellung vor allem aktive Erinnerungskultur. Es ist die Möglichkeit, die Perspektive zu erweitern. Also weg vom aktuellen tagespolitischen Geschehen hin zu den ganz großen Fragen. Und daher haben Sie in Ihrer Auswahl nicht nur Fotos mit politischer Aussage. Es sind ja auch Hollywood-Größen wie zum Beispiel Marilyn Monroe vertreten. Wer behauptet denn, dass dieses Foto nicht auch eine politische Dimension hat? Die Monroe ist eine Hollywood-Ikone. Sie ist Filmstar, Fotomodell. Wenn Sie sich für dieses Foto des Time-Magazins aus dem Jahr 1953 etwas Zeit nehmen, dann sehen Sie bestimmt noch sehr viel mehr als Hollywood. Dieser spezielle Blick der Monroe fordert doch geradezu auf, über Weiblichkeit, das Rollenverständnis der Geschlechter, ja, über unsere Gesellschaft nachzudenken. Ja, und ein ganz anderes Thema greifen Sie mit den Katastrophenfotos auf. In den letzten Jahren häufen sich Naturkatastrophen. In Japan, Chile, Haiti, China, in Indien und Pakistan kosteten Beben und Flutwellen immer wieder unzählige Menschenleben. Einige Fotos der Ausstellung zeigen zum Beispiel Überlebende des Taifuns Haiyan. Ja, das war 2013 einer der stärksten tropischen Wirbelstürme, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen beobachtet wurde. Haiyan verursachte große Schäden und eine große Zahl von Opfern auf den Philippinen. In der Provinz Leyte waren 10.000 Tote zu beklagen. Über 4 Millionen Menschen waren obdachlos und benötigten dringend Hilfe. Das sind jedoch nicht die einzigen Katastrophenbilder Ihrer Ausstellung. Kommen wir zu einem ganz anderen Bild, das mich sehr beeindruckt. Herr Kiontke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer nehmen. Das mache ich gern. Aspherikon ist eine Ausgründung aus der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Das heißt, Ihre Diplomarbeit war Grundlage einer Geschäftsidee. Mittlerweile haben Sie mehr als 100 Mitarbeiter. Sie sind kein Jungunternehmer mehr. Ja, wir sind seit über 10 Jahren erfolgreich am Markt. Was treibt Sie an? Was fasziniert Sie an der technischen Optik? Der Anspruch, in diesem Feld mitspielen zu können. Genauigkeit, Sauberkeit in der Fertigung, die vielfältigen physikalischen Effekte, die es zu kontrollieren gilt, das sind Herausforderungen, die Spaß machen. Sie schauen immer so nach vorn, wirken optimistisch. Ist die Optikbranche ein Feld mit Zukunft? Optimismus gehört zum Job. Die Optikbranche ist Grundlage für viele andere Branchen. Man spricht deshalb auch von Enabling-Technology. Ohne Optik läuft heutzutage nicht mehr viel und das wird zukünftig eher zunehmen. So gesehen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das Wort Photonik scheint Konjunktur zu haben. Wie ist das Verhältnis zwischen Aspherikon und Photonik? Ja, wir sind ein Teil der Photonik. Es geht ja dabei um die Wissenschaft vom Licht und wir stellen Produkte her, die die Nutzung von Licht ermöglichen. Sie fertigen aber keine normalen Linsen, sondern sogenannte Asphären. Können Sie das unseren Hörern und Hörerinnen möglichst einfach in zwei, drei Sätzen erklären? Die Oberfläche gewöhnlicher Linsen, also sogenannte Asphären, ist wie ein Teil einer Kugel, überall gleich rund und gleich gekrümmt. Asphären hingegen ändern ihre Oberflächenkrümmung von der Mitte zum Rand. Also eine Art Berg-Tal-Landschaft, die Sie fertigen, oder? Ja, genau. Worin liegt der konkrete Vorteil von Asphären gegenüber normalen Linsen und welche Einsatzgebiete eröffnen sich mit diesen? Man kann Linsen einsparen, das heißt Geräte werden kompakter und leichter. Beim Beamer ist das beispielsweise der Fall. Heutzutage sind die recht leicht und damit auch transportabel. Das liegt vor allem an der Einsparung von Linsen. Es gibt hunderte Technologien, die nur mit Asphären funktionieren. Wer sich die Retina im Auge anschauen will, der braucht zum Beispiel Asphären. Es gibt so viele Einsatzgebiete, das lässt sich hier gar nicht aufzählen. Darauf gehen wir vielleicht später etwas genauer ein. Zurück zur Firma. Sie sitzen ja in einer Stadt, die jedem technischen Optiker, nicht nur in Deutschland, bekannt sein dürfte. Ihr Standort ist in Jena. Hat das Vorteile und gibt es Kontakt zu den anderen Firmen vor Ort, also zu Zeiss, Jenoptik? Wir profitieren davon, alle gemeinsam am Standort zu sitzen. Da gibt es gemeinsame Projekte, Austausch, das passt schon. Nicht zu unterschätzen ist der Punkt, dass es viel Fachpersonal anzieht, wovon wir wiederum als mittelständische Firma profitieren. Merken Sie den Fachkräftemangel? Wir merken das tagtäglich. Das Problem ist nicht neu und Optonet, das Bildungszentrum, die Universität hier in Jena, natürlich auch die Fachhochschule und die Firmen vor Ort arbeiten gemeinsam daran. Das Thema wird uns in den kommenden Jahren noch sehr beschäftigen. Bilden Sie auch aus? Ja, natürlich. Derzeitig sind es fünf Auszubildende als Feinoptiker und eine große Anzahl Studierende, die wir bei Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten betreuen. Und mittlerweile haben wir auch eine Kooperation mit einer Schule. Aber wahrscheinlich ziehen Sie eher männliche Interessenten an. In Ausbildung sind derzeitig tatsächlich eher die Männer vertreten, was mich auch etwas verwundert, da wir normalerweise nicht diese Verteilung haben. In der Firma haben wir einen vergleichsweise hohen Frauenanteil. Wie sind die Berufsperspektiven als technischer Optiker bzw. Optikerin? Fachpersonal ist schon extrem gefragt. Das steht außer Frage. Und diese Branche hat einiges zu bieten. Auf jeden Fall sehr gute berufliche Perspektiven. Und wie sehen Sie Ihre Perspektiven? Also lassen Sie uns in die Zukunft schauen. Vielleicht so zehn Jahre? Wo sehen Sie Aspherikon? Auf jeden Fall in Jena. Okay, Sie sind ja recht schnell gewachsen. Okay, Sie sind ja recht schnell gewachsen. Am Anfang waren Sie sicherlich für alles zuständig. Das heißt, Sie haben in der Fertigung und im Vertrieb gleichzeitig gearbeitet. Ja, am Anfang war das schon so. Und jetzt? Aus welchen Abteilungen setzt sich denn die Firma aktuell zusammen? An der Spitze steht die Geschäftsführung bestehend aus zwei Geschäftsführern. Untergeordnet sind Produktion, Vertrieb, Verwaltung und F&E, also Forschung und Entwicklung. Und diese Abteilungen sind natürlich nochmals aufgegliedert, richtig? Ja, natürlich. Der Vertrieb setzt sich unter anderem aus Marketing und Kundenbetreuung zusammen. Die Produktion besteht aus Fertigung und Versand und so weiter und so fort. Lassen Sie uns über Forschung und Entwicklung sprechen. Studienberatung, Hoffmann am Apparat. Guten Tag, Frau Hoffmann. Hier spricht Stefano Rufo. Ich möchte mich an Ihrer Universität bewerben und habe gesehen, dass ein Motivationsbrief verlangt wird. Dazu habe ich ein paar Fragen. Prima, bitte fragen Sie. Also, ich habe so einen Brief noch nie geschrieben. Was muss ich denn da schreiben? Im Motivationsbrief haben Sie die Chance, sich selbst, Ihre Studien und späteren Berufsziele und Ihre Motivation für den Studienplatz darzustellen. Muss ich formal etwas beachten? Nein, eigentlich nicht. Es gibt keine formalen Kriterien. Sie können also alles freigestalten und haben damit die Möglichkeit, sich von anderen abzuheben. Wozu braucht die Hochschule eigentlich den Motivationsbrief? Ja, wir überprüfen mithilfe des Motivationsbriefs Aus dem Brief ist neben der Motivation auch die Argumentationsfähigkeit, den schriftlichen Ausdruck und die Rechtschreibung. Das hilft bei der Entscheidung, wer den Studienplatz erhält und wer nicht. Aus dem Brief sollten also eine deutliche Motivation und klare Studien- und Berufsziele hervorgehen. Was heißt das konkret? Sie sollten auf jeden Fall darstellen, warum Sie sich zum Beispiel für den Master entschieden haben und welche Studieninhalte Sie interessant finden. Außerdem auch, welche Fähigkeiten und praktischen Erfahrungen Sie bisher erworben haben, beispielsweise in Praktika. Vielleicht haben Sie ja auch schon spezielle Interessen oder Themen in der Bachelorarbeit bearbeitet und möchten Sie jetzt gerne im Master vertiefen. Wichtig ist auch, welche beruflichen Ziele Sie mit dem Studium verfolgen. Schön ist es auch, wenn Sie persönliche Interessen einfließen lassen. Oje, das klingt schwer. Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Sie sollten sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Gibt es dazu gute Seiten im Internet, die Sie empfehlen können? Es gibt sicher sehr viele nützliche Tipps, die Sie sich anschauen können. Aber bitte, schreiben Sie die Formulierungen auf keinen Fall ab, sondern formulieren Sie alles selbst. Briefe mit Textbausteinen fallen auf und werden in der Regel sofort aussortiert. Niemand möchte so etwas lesen. Gut ist es, wenn Sie sich zuerst ein paar zentrale Fragen überlegen und Argumente dazu sammeln. Was qualifiziert mich zum Beispiel für den Master? Warum passe ich in das Studienprogramm? Was motiviert mich wirklich? Welche Ziele möchte ich erreichen? Hm, gut. Danke erst mal für die Infos. Das hilft mir schon sehr weiter. Bitte, gerne. Tschüss und einen schönen Tag. Ja, danke. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Frau Professor Doktor Fuchs, seit wann gibt es die Shell-Jugendstudie und was ist das Anliegen? Die Shell-Jugendstudie gibt es schon seit 1953. Im Auftrag des Unternehmens erforschen unabhängige Institute die Lebenssituation von Jugendlichen, ihre Gewohnheiten, ihr Verhalten und ihre Einstellungen. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse der 16. Shell-Jugendstudie? In der neuen Studie präsentiert sich eine Generation von Jugendlichen mit einer sehr optimistischen Grundhaltung. Trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise sind diese Jugendlichen sehr zuversichtlich und gehen mit Lebensmut und Energie an ihre Aufgaben heran. Welches Ergebnis hat Sie persönlich am meisten überrascht? Hm, dass trotz der Krisen Jugendliche keine Angst vor der Zukunft haben, sondern sich den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufgaben stellen. Man spürt den Lebensmut dieser Generation. Wie stehen denn die Jugendlichen gegenwärtig zum Thema Klimawandel und wie gehen sie damit um? Das Thema ist im Bewusstsein der Jugendlichen angekommen. Viele wollen etwas zum Schutz des Klimas tun, zum Beispiel Energie sparen, vielleicht ein kleineres Autofahren, das weniger Benzin verbraucht. Es ist interessant, dass sich diese Haltung durch alle sozialen Schichten von Jugendlichen zieht. Gibt es seit der 15. Shell-Jugendstudie Veränderungen in der Lebenseinstellung? 2006 hatten die Jugendlichen mehr Ängste und sie fühlten sich einem stärkeren Druck ausgesetzt. Heute ist es der Optimismus und das Gefühl, Chancen zu haben, etwas aus sich machen zu können. Die jetzige Generation ist leistungsorientiert und hat einen ausgeprägten Sinn für soziale Beziehungen. Wie wird so eine Studie überhaupt durchgeführt? Es wurden Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren befragt. Von 2600 Jugendlichen wurde eine repräsentative Stichprobe gebildet. Außerdem wurden 20 Porträts gemacht. Das heißt, Jugendliche erhielten die Möglichkeit, sich selber darzustellen. Zu diesem Zweck wurden sie in ihrem Lebensumfeld besucht. Wo kann man sich über die Ergebnisse informieren? Schauen Sie im Netz unter www.shell.de Vielen Dank für das Interview. Hallo zusammen. Wir vom Schülerrat freuen uns sehr über euer Interesse an Jugenddebattiert. Bevor wir in die Fragerunde gehen, möchte ich euch gern ein paar Informationen zu Jugenddebattiert geben. Keine Angst, ich fasse mich kurz und dann geht es auch gleich los mit konkreten Aufgaben. Bei einer Debatte sind die Redebeiträge organisiert. Es gibt also feste Regeln. Erstens, nicht jeder kann sprechen, wenn er Lust dazu hat. Genau. Und zweitens, man muss auch nicht unbedingt die eigene Meinung vertreten. Was soll denn das bringen? Durch eine Debatte kann man herausfinden, was für oder auch gegen eine Entscheidung spricht und welche Argumente am meisten überzeugen. Außerdem ist es wirklich wichtig, dass man sich auch mal in eine andere Position reindenken und diese dann auch noch vertreten muss. Das macht nicht nur Spaß, sondern erweitert vor allem eure Perspektive. Und darum geht es halt, weil Jugend debattiert. Soll es heute in der Café des Spaghetti Bolognese oder Pizza geben? Ich bin zwar nicht für Pizza, aber lasst uns doch gleich mal darüber debattieren. Naja, schon richtig. Nicht jede Frage löst gleich eine Debatte aus. Aber wenn es um wirklich wichtige Fragen geht, weil die Antwort viele Menschen betrifft oder diese nicht sofort auf der Hand liegt, dann lohnt es sich schon zu debattieren. Ich gebe am besten mal ein kleines Beispiel. Sollte es Noten in der Schule geben? Ja oder nein? Natürlich nicht. Hat das nur so eine Frage? Nein, abschaffen! 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 Aber hallo, und wie willst du dann zum Studium zugelassen werden? Das ist sinnlos. Denk doch mal nach. Stopp, stopp, stopp! Und genau deshalb gibt es Regeln. Ich erkläre euch jetzt nur noch den Aufbau und dann könnt ihr Fragen stellen. Also eine Debatte, die im Rahmen von Jugend debattiert durchgeführt wird, besteht gewöhnlich aus drei Teilen. In der Eröffnungsrunde beantwortet jeder Teilnehmer die Streitfrage aus seiner Sicht. Jeder Sprecher hat maximal zwei Minuten. Das ist ja gar nicht! Sei doch mal ruhig! Dann kommt die freie Aussprache. So circa zwölf Minuten. Hier werden weitere Argumente gebracht und miteinander abgeglichen. Und in der Schlussrunde hat dann jeder Teilnehmer noch einmal die Möglichkeit, die Streitfrage ein zweites Mal zu beantworten. Diesmal im Kontext all der Argumente, die er gehört hat. Es dürfen aber keine neuen Argumente vorgebracht werden. Und was, wenn einfach jemand weiterspricht? Auch dafür gibt es Regeln. Da passt ein Schüler oder eine Schülerin auf. 15 Sekunden vor Ablauf der Redezeit wird ein Signal gegeben. Im Wettkampf bei Jugend debattiert ist das ein Klingelzeichen. Ihr könnt euch aber auch etwas anderes einfallen lassen. Ja, und wenn dann die Redezeit überschritten wird, dann kommt ein weiteres Klingelzeichen. Und wenn das auch nicht hilft... Tragen wir ihn raus. Oder machen das Licht aus. Oh, keine schlechte Idee. Aber dann verpasst du den Hauptteil. Bei Jugend debattiert wird das Weitersprechen einfach mit einem andauernden Klingelzeichen unterbunden. Und was machen wir am Montag beim ersten Treffen? Geht's da gleich richtig zur Sache? Geplant ist die Arbeit an einer Eröffnungsrede. Naja, und wir starten auch schon erste kleine Debattierversuche. Aber dazu kann Frau Kiefner, die unsere Ansprechpartnerin und Betreuerin im Debattierclub sein wird, mehr sagen. Schön, dass so viele von euch gekommen sind. Ich bin richtig stolz, dass unsere Schule am Wettbewerb teilnehmen will. Und dass wir das auch bewerkstelligen können, bei so viel Interesse. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Am Montag starten wir mit dem ersten Teil der Debatte, der Eröffnungsrede. Wir halten dann auch schon nach ein, zwei Stunden Vorbereitung, ja, so lange wird es dauern, unsere erste Eröffnungsrede. Wir arbeiten in Gruppen. Immer vier Schüler und Schülerinnen bekommen eine ganz bestimmte Aufgabe. Rede und Gegenrede wechseln dabei einander ab. Konkret heißt das, dass der erste Pro-Redner zunächst einmal die Entscheidungsfrage und dabei auch gleich das wichtigste Argument darlegt. Die Person führt also ins Thema ein. Es folgt dann der erste Kontra-Redner und ihr könnt euch sicherlich denken, was der macht. Was meint ihr? Na, der sucht die Schwachstellen des Vorredners, ganz klar. Ja, und der geht vor allem kritisch auf das Argument ein. Das will er ja entkräften. Genau, darum geht's. Das bedeutet also, dass man als erster Kontra-Redner nicht schlafen darf. Man muss sehr genau zuhören, um eine passende Stelle zu finden, wo man ein Gegenargument platzieren kann. Und man muss natürlich auch das Hauptargument durchdenken und möglichst eine Strategie finden, dieses zu entkräften. Ihr müsst euch also Notizen machen. Es lässt sich nicht alles im Vorfeld vorbereiten. Ja, aber da hat's ja der dritte Sprecher noch schwerer. Stimmt, der darf auch nicht schlafen. Du hast natürlich vollkommen recht. Der zweite Pro-Redner muss nicht nur auf Fehlendes aufmerksam machen, sondern geht auch auf Schwächen bzw. Ungenauigkeiten in der Argumentation des Vorredners ein. Dazu muss er sich während der Rede Notizen machen und überlegen, wie er die Zuhörer am besten überzeugen kann. Aber wie gesagt, nur zwei Minuten für jeden. Da muss man sich kurz fassen. Es geht aber auch in der Eröffnungsrede nicht darum, alle Argumente anzubringen oder diese umfassend zu diskutieren. Das ist nämlich das Ziel der freien Aussprache. Aber jetzt erst einmal zurück zur Eröffnungsrede. Der zweite Gegenredner schließt die Runde, indem er den strittigsten Punkt anbringt und einen Abschlusssatz formuliert. Und was soll das für ein Satz sein? Das nennt sich bei Jugend debattiert Zielsatz. Den leitest du zum Beispiel so ein. In einem Satz ließe sich die Frage wie folgt formulieren. Ja, und dann formulierst du die Frage. Das klingt sicherlich alles recht schwierig. Und das ist es auch am Anfang. Eure Köpfe werden glühen, aber ihr lernt dabei, schnell zu denken, euch gut auszudrücken und Argumente zu verkaufen.